Was ist dein Highlight bei Simone? Dass wir zusammen nach München gefahren sind und dann dort Lkw fahren durften. Also mein Highlight hier bei der letzten Simone-Runde war auf alle Fälle unser Abschluss, unser Selbstverteidigungskurs speziell für Frauen. Den fand ich echt super. Habe ich davor noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass es da wirklich sinnvoll ist, was Frauenspezifisches mal zu machen und halt vor allem auch dieses Netzwerk, was über die Runde einfach gewachsen ist und wo der Kontakt auch weiterhin besteht. Also mein Highlight war auf jeden Fall das Truckfahren, aber vor allem auch die Menschen. Das Matching am Anfang, wenn man überhaupt nicht weiß, welche Person in dem Raum zusammenkommt und ich habe es noch nie erlebt, dass man, also zumindest bei mir, dass man nicht zusammenpasst.